Der Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Michailo Podolyak, rechnet mit einer schnellen Einigung mit Deutschlands Regierung über die Lieferung von westlichen Kampf- und Schützenpanzern. Ich denke, dass wir für die Panzer einen Konsens mit unseren deutschen Partnern finden, sagte Podolyak im Interview mit der Welt am Sonntag. Es gebe Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den beiden Ländern. Wir sind bereit, jeden Preis für die Sicherheit von Europa zu bezahlen, aber helfen sie uns mit Waffen, appellierte Podolyak an die Deutschen. Die Rückeroberung weiterer Gebiete im Süden und Osten der Ukraine hängen auch wesentlich von weiteren Waffenlieferungen ab, fügte er hinzu. Gerade die Panzer könnten für eine Beschleunigung auf dem Schlachtfeld und für die Befreiung von Orten in den Regionen Kherson, Saporizhia, Luhansk und Donetsk sorgen. Und Deutschland könnte uns dabei mit den Leopard- und Marderpanzern optimal helfen. Bisher lehnt die deutsche Regierung die Lieferung von Panzern westlicher Bauer dann die Ukraine ab. Kanzler Olaf Scholz argumentiert dabei, es dürfe hier keinen deutschen Alleingang geben.